k k k k k k k k k Was? Wie kennt Victor und seine Freunde von ihm? Ja, aber wenn ich das gewusst hätte, würde ich mir zeigen. Ja, und dann wird so. Freunde von Victor, wie klein du bist. Sind keine Freunde von Victor. Hallo Mädels, vielleicht klappt das ja, aber das ist so. Nein, klappt's nicht. Hallo. Nun, es ist die Wiesigkeit, also alles, was dich von hier davor verlässt. Nur hat noch der Rettungsstück auch? Nein. Und dann ist die Wiesigkeit, also alles, was dich von hier davor verlässt. Okay. Dann mal gehen. Wie kann ich helfen? Kaufen. Dann nicht. Dann geht's. Dann geht's. Hier ist sie gut. ... So, hhh. Mmh... ...yeah. Wo gehe ich eigentlich hin? Ich glaube ich rede nur über die Ältesten... ist die sie wiederhüte das feuerpreis das ist ein fünftiger verschwunden ich bin ich oben habe ein problem wir haben kein wasser mehr und ein gewisser weg dort mehr erzählt dass der malersamme aus dem feuerpalast im besten gespungen wurde wieso klangt ihr undauerlich klauen alle klauen klauen das alles was sie können der die 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 und es ist die hoffentlich kann die die Tschüss... Ah, ja, Leute, ich level ein bisschen bis gleich. So, letztendlich bin ich wieder da. Ja... Boah, wie ich trainiert hab. jetzt vielleicht in den Anzeigen wieder die bestimmt alle, also mindestens viele Level sind immer alle gestiegen Einmal vermachen Also, trainieren wir die ganzen verdammten Wölfen und... Geld hab ich auch Jetzt ne Unmeng Ich guck schon... 80.000 Gm circa Boah, ich hab ja 19.000 Euro aufzuzunieren Naja... Hier sind wir Rudolf Der den Weihnachtson vermisst Ohne Scheiße, sonst hat's kein Spaß Rundsenohr Dick ist was ludes Das ist toll Das ist toll Und ich hab keinen Bock jetzt erstmal wieder in die Wüste zurück Und wenn wir mal ne fucking Lanze zu schmieden Ich hab mal ne Lanze zu schmieden, komm, okay Jetzt hab ich glaube ich 30, okay Jetzt hab ich glaube ich 30, okay Jetzt hab ich glaube ich 30, alle drei Oh jetzt ist das sogar schon 31 hier jetzt durch wo der monster ein kuba von mario ein bisschen gefährlicher als die koopas die haben keinen Speer und man kann einfach drauf springen die mich gerade voll ab ok 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 man schweig ich dann doch bei diesen koopas zum Beispiel ja das ist gut ne ich muss doch schon bald ins Dorf oh ein Gegner? was? ist das ein Endgegner? wie du sie dich jetzt zwingend imponiert und dann endlich muss ich gar nicht mehr eh ok ich hab ihn jetzt noch dreimal getrunken können dafür konnte ich mich jetzt nicht treffen naja kann aber ziemlich leicht zu sein der Boss wenn er schwer wäre wenn er schwer wäre hab ich mir bestimmt noch in Erinnerung naja echt mal ich erinnere mich grad gar nicht mehr an den Boss hier ich weiß nicht ich weiß nicht woanders liegt ok 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 wieso hast du denn drauf ich weiß doch das ist nichts zack denk ich zu ihm das ist nur das ist nichts mehr das ist nichts mehr das ist nur oh nein Bäume, Kristall, Wald, Zeug, der See, naja, die lauft tausendmal gegen, das ist doch ein Knabbaus eigentlich. Der hat aber ganz schön viel, muss ich sagen, eigentlich ist mir da doch ein bisschen zu viel, als der ist. Na komm noch rein, wieder ein Wildschirm. Wildschirm. Der hat aber wirklich viel, das kann nicht sein. Das kann genau so wenig sein, wie es nicht sein kann, dass ich mich an den Boss überhaupt nicht mehr daran erinnere. Und so gut, das macht aber das einfach so vergessen. Das reicht doch, das kann wirklich nicht sein wie viel der hat hier. Soll ich. Okay, er ist besiegt. Okay. 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 Okay.